Willkommen bei KoopaGaming, hier ist Martin und wir machen weiter mit Battlefield 3 und folgen unseren Kumpanen mal. Hier sieht man schön die Verkaufsstände. Oh lecker! Ausgeweidete Schweine, ein paar Kisten. Oh, ich bin ja schon da. Sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Gut. Ich will auch sprinten. Okay, dann halt nicht. Boom. Man kann schon sagen, es sieht sehr schön aus, wirklich. Grafisch mäßig. Nicht schlecht. Kann ich jetzt auch sprinten? Kann ich nicht. Ah, doch, kann ich. Na du! Ja, jetzt lauft mal. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Ja, ja. Wir achten schon auf hier auch schöne Lichtreflektionen. Oh, was ist das? Wow. Oh. Aber das war wirklich anscheinend mal eine Schule. Ah. Ja, also ich weiß, was hier geschrieben ist. Ja, sicher auch. Ja. So. Schaffen wir schon. Oh. Yeah. Feinde. Ja, ich bin doch schon da. Chill mal eine Runde. Drängel nicht. Folgen. Okay. Geh mal rein. Okay. Kein einziger Zivilist. Oh. Oh je. Was war das? Oh mein Gott. Ja, ich drücke. Drücke. Schon drin. Sniper. Okay. Machen wir den Sniper mal tot. Feuer. Feuert weiter. Ah. Krieg. Wo? Wo denn? Hö. Scheiße diesen Scheißgalau. Bin ja schon dran. Haben wir alle nehmen. Haben wir. Wow. Haben wir sie jetzt? Scheint so. Boah. Wo denn? Los, los. Hinter mir. Bist du okay? Gut. Okay. Alles cool. Was haben wir da für eine Waffe? Auf zwölf Uhr. Erster Stock. Hö. Boah. Verbündete kommen nach. Verbündete kommen nach. Kockeln alle das Scheißgebäude ab. Black. Zu mir. Ziele beim Gebäude. Andere Säte vom Haktor. Ami. Kommt von der Seite. Der ist hinüber. Den schießt halt auch mal drauf und nicht nur ich. Sie kommen über die Mauer. Rechts. Kontakt. Links. Huiuiui. Ich muss nachladen, wenn so ein Arsch kommt. Das ist ja immer wieder typisch. Ei, ei. Ja, jetzt kommt mal her. Das Idioten hier. Hey. Super KI. Er sieht mich und rennt weiter. Puh. Nein, ich glaube, ich gehe mal in Deckung. Na. Haben wir ja. Wo? Sniper? Wo rein? Da rein. Rüber bei dem Mauer hier und rein da. Lass mich durch. Lass mich durch. Wir übernehmen. Hey, komm. Nun gut. Kannst du das spüren? Weiter geht's. Okay. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Der wird wieder. Ist ein sehr, Herr Busch. Na, Jungs. Der wird wieder. Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Es sind viele Erdbeben hier, muss man mal sagen. Also. So. Augen Offenheit. Schrollöckerlok. Auf Deutsch. Ausgang. So. Jetzt. Oh, drängelt nicht. Scheiße. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von der Klinik in Deckung vorhören. Der Sniper. Bleibt nicht nur den Fenster stehen. Okay. Schütze! Erlehn ich ihn! Ja, das sind nur Handknacken. Oh. Was sind wir hier? AKS-74. Uh. Brauchen wir nicht. Naja. Wir werden ihn ausschalten. Los. Puhi. Scheiße. Kontakt. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist ein beschissener 50er. Unten bleiben. Unten bleiben. Ja, wir bleiben unten. Keine Sorge. Puhi. Los. Von einer Deckung zu einem. Hotel? Nein, lieber nicht. Los. Okay. Unterwegs. Und los. Okay. Okay. Unterwegs. Und los. Und weiter. Puhi. Der ist hartnäckig. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Jawohl. Das ist ein Gottverdammt. Ein Schädel pusten wir weg. An die Wand. Black. Warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Okay. Wie legt man... Ah, so legt man sich hin. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Puhi. Muss man da jetzt hinterher, oder? Oder... Hm. Keine Ahnung. Ah, jetzt. Okay. Scheinten heißen wir Black irgendwas. Ne, ich bin erster. Ich bin schneller wie du. So. Oh. 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 Ei, ei, ei. Ja. Gib mir. Der Faust. Er ist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das. Nein. 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 Ja. Geile Scheiße. Okay. Folgt ihr, wir müssen ein bisschen warten. Okay. Wir sind zum ersten Mal gestorben. Mal sehen, wie oft noch. Wir werden sehen. Von wo müssen wir jetzt starten? Ach, eh von hier. Okay. Warten wir mal ein bisschen. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Halt auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. Ja. Drei. Zwei. Eins. Feuer frei. Puh. Störb, Verräter. Tja, das war's dann. Ich glaube, der ist tot. Ziel perfekt erwischt. Ja, danke schön. Alles okay. Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Missfit 1-3. Hier, Mellebeck. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt. Und können die Zwecksabholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz? Kein Problem, Mellebeck. Welche Richtung? Over. Nordseite. Okay. Dann los. Missfit 1-3 in Position. Oh je. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Das sieht doch nur so aus. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Sniper. Okay, das sind unsere Jungs. Der Feindbewegung ist auf der Straße. Wo denn? Der Deckung. Schaltet die auf 1-3. Hö. Ui, 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 ui. Wie seid ihr? Wo denn? So, betroffen. Hallo? Ein Fenster, ein Fenster oben. Ah, da. Okay. Hui. So. Alles sicher? Weiterlaufen. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Ja, war ja klar. Durch die Blätter. Die haben... Hey, 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 hey. Auf den Dächern sind da welche? Die Luft scheint rein zu sein, Missfit 1-3. Wir gehen los. Over. Mal los. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Luft. Kann das nicht schade sein? Was denn? Schatz. Ah, mein Gott. Wir treffen noch wie eine 1, muss man ja mal sagen. Ui, ui, ui. Alles sicher? Ich bin ein Köder. Missfit 1-3, ihr Doc Holiday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Haut. Sehr schön. Gut, Jungs. So. Das war's für den zweiten Part. Die Zeit ist wieder mal um. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten. Noch einen schönen Nachmittag. Je nachdem, wie es bei euch jetzt ist. Naja. Tschüss.